Untertitelung des ZDF, 2020 Sie haben Angst vor dem Leben. Sie haben keinen Spaß an Familie, an der Natur oder an Musik. Sie hassen Musik, wissen Sie? Sonst wären es keine Terroristen. Ist ganz einfach, denken Sie mal nach. Ich lese auch Zeitungen und höre Radio und habe Gedanken. Ist eine schwierige Zeit, ja? Manchmal habe ich auch Angst, aber nur heimlich. Ich bin aus Bosnien weg, weil Krieg war und ich Angst hatte für meine Kinder. Wir müssen Mut haben, verstehen Sie? Für unsere Kinder müssen wir Mut haben. Meine Kinder sind hier und Deutschland ist das beste Land der Welt. Sie können stolz sein auf Deutschland und müssen Mut haben, dass Deutschland nichts passiert. Verstehen Sie? Mut! Nicht Angst haben. So, wir sind da. Brauchen Sie eine Quittung?